Mein Name ist Michael, wir sind PureNC und wir machen Mikroplastik sichtbar. Weißt du, wie viel Mikroplastik du jeden Tag trinkst oder isst? Du kannst es nicht sehen, nicht riechen und nicht schmecken. Und am allerschlimmsten, es ist unglaublich schwierig zu messen. Wir überwinden das Hauptproblem der langsamen und ungenauen Datenanalyse von Mikroplastikmessungen, indem wir Machine Learning Algorithmen für Laborinstrumente entwickeln, die dabei helfen Mikroplastik in Wasser und Lebensmittel zu finden. Labore können dadurch Produkte und die Umwelt testen und Verbraucherinnen wie dich schützen. Wir streben nach einem ganzheitlichen Ansatz und arbeiten international mit Standardisierungs-, Regulierungsgremien sowie mit führenden Corporates zusammen. Wir suchen nach motivierten und klugen Köpfen, die mit uns das führende Datenanalyseunternehmen der analytischen Chemie aufbauen.